hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal zu einer weiteren folge snow warner auf der karte michigan blackweaver mit euer michi so wir befunden uns gerade in der werkstatt und ich werde jetzt diesen truck ausprobieren der hat ja ein rad und da gucken wir klein mal rein ob wir hier noch irgendetwas verändern können im moment haben wir noch keine sachen gut aber wir brauchen rahmenaufsatz rahmenaufsatz britsche kraftstoffkartus wir nehmen die britsche denn wir wollen ja was transportieren so da haben wir schon geld verloren jetzt gucken wir mal peterung öppchen hochsetzen erhöht geht noch nicht okay gut erkunde michigan usa um diesen gegenstand zu finden so verlassen wir gleich die werkstatt halt 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 so jetzt gucken wir mal auf haben wir eine anne das machen wir erstmal nicht so werkzeug lieferung wir könnten die werkzeug lieferung machen würde 105 bringen und ich brauche den schieber der ist gleich hier gut da würde ich sagen machen wir die werkzeug lieferung zur fahrung und dann schauen wir mal wie viel zeit noch ist und werden vielleicht noch eine neue machen bergstatt verlassen bergstatt verlassen ich bin doof okay so die handbremse lösen ach der hat auch noch kein allrad aber der hat die differenzial sperre gut nein anhänger schöpfen wir erstmal nicht wir wollen jetzt den planauflieger holen nein anhänger entdeckt bringt schon mal 30 punkte so ups na wieso kann ich hier nicht ankoppeln habe ich jetzt das falsche fahrzeug anhänger ich muss mich erstmal dran gewöhnen wieder so so dann zur form eine kurze kurze strecke so das werden wir das klein mal machen ab zur form ab zur form da hoffen wir mal dass wir durchkommen ich fahr ich fahre wie ein hänger ich fahre wie ein hänger ich muss erstmal den mauswerk klingen ich glaube nicht immer machen wir uns erstmal Licht an und da gucken wir mal wie weit wir kommen so 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 mühsam ernährt sich das eichhörnchen aber aber wir fahren erstmal gut wir hauen mal den lasten dann wieder raus zum glück brauchen wir nicht so weit fahren aber ich weiß jetzt gar nicht wie die straße aussieht ich hoffe wir bleiben hier stecken weil wir haben mit denen noch kein allrad und er ist auch noch relativ tief kommt da schaust du so so haben wir die aufgabe erfüllt da können wir eigentlich gleich noch eine machen da ist die taste so nasse ernte eine form in der nähe zwei ziegel zweimal holzplanken zweimal stallgüter da gab es da aber noch eine andere das war hier satte hoch erforderlich den haben wir nicht so was haben wir hier noch verlorene containerlieferung fürs deal verbrauchsgüter zwei holzplanken zweimal ok dann machen wir jetzt die und fahren los so wir brauchen zweimal verbrauchsgüter beladen und dann fahren wir gleich mal los und wir sind von der form wieder gestartet ich würde auch gerne erst mal ermittigen bleiben auf der karte ihr könnt ja in die kommentare schreiben ob wir erst mal soweit die aufträge hier erfüllen sollen und dann später in eine andere region gehen oder wenn es euch gefällt dass wir lieber jetzt schon in eine andere region gehen bleiben wir oh jetzt hat der mutterschatten genommen bleiben wir hier das ist eure entscheidung so licht kann man wieder ausmachen es ist tag geworden mühselig 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 aber jetzt kriegt man festen boden unter die füße unter die räder das ist die brücke die wir repariert haben das ist die brücke die wir repariert haben so so Ja, komm, melz dich durch. Melze dich hin. Oh, wieder schalten können. Und da sind wir schon in der Stadt. So, ja, hier mussten wir jetzt schon abbiegen. So. Äh, schwerfällig. Ah, da scheint es eine Aufgabe zu geben. Entladen. Zack. So. Brauchen wir noch die Holzplanken. Die kriegen wir im Sägewerk. Fahren wir jetzt auch gleich hin. Und wieder einen Bordstall mitgenommen. Zum Glück gibt es hier keinen Gegenverkehr. So, Benzin haben wir auch noch genug. Jetzt geht es wieder ins Gelände. Ein bisschen auf dem Rasen fahren. Das scheint anscheinend besser zu gehen. Jetzt wie durch den Matsch. Ja, jetzt komm ich hier in den Matsch rein. Aber es geht zum Glück bergab. Da können wir immer noch ein bisschen rutschen und rollen. Aber normalerweise auch wenn es nass ist. Normalerweise müsste man doch, wenn man öfters langfährt, die Spuren trocken fahren. So, langsam, langsam, langsam. Da steht sogar ein Hänger. Aber ich würde sagen, wir laden es auf. So, angekommen beim Sägewerk. Da laden wir mal die Holzplank auf. So. Dreimal brauchten wir. Jawoll. Und dann drehen wir hier mal. Ohne so sehr an die Matsch reinzufahren. Und nicht weiter Schaden zu machen. Ohne. Der Motor hat Schaden genommen gehabt, vorhin. Gut. Und ab auf dem Rückweg zum Sägewerk. Äh, nee. Stahlager. Ja. Toll. Untertitelung止ôt. da rutscht ganz schön naja so da haben wir uns gleich geschafft wir haben wir uns gleich geschafft die letzte kurve die haben wir doch sauber genommen und wir haben ich muss noch einen tankanhänger bringen so finde ich eine tankanhänger brauchen die noch da müssen wir mal auf die karte gucken so ein tankanhänger da ist eine tankstelle tankanhänger aber konnten wir das nicht anklicken der ist dort da oben ist ein upgrade da werden wir dann mal mit dem fahrzeug hinfahren wir kommen hier dorthin ein tankanhänger ganze strecke zurück über die farm da ist ein tankanhänger ich weiß jetzt nicht wie teuer ein tankanhänger ist da fahren wir mal weiter ich würde mal sagen entweder fahre ich mal einen anhänger shop und gucke mal da fahren wir erstmal gucken wir uns den anderen auftrag an neuen anhänger entdeckt britschen wollen wir mal gucken was die hier wollen so d aufgabe anzeigen eine lieferung mit wichtigen maschinen für eine örtliche fabrik ist wegen eines zwischenfall mit dem fahrer stecken geblieben jetzt bist du für sie verantwortlich an deiner stelle würde ich ein kran mitnehmen ok die aufgabe können wir wahrscheinlich erstmal nicht erfüllen denn ich habe kein kran so ok dann fahren wir mal zurück in die werkstatt komm auch ich weiß nicht dann müsste ich hier am sägewerk hier lang da ist eine brücke die werde ich auch erst reparieren ich ich da aber ich komme da nicht weiter aber wir fahren ok wir können es riskieren über die farm wir probieren es einfach ob ich den hänger kriege hier oben ist eine tankstelle muss ich erstmal nochmal gucken wo ich hier bin ich muss weiter kurz da ist auch hotel in nöten da können wir auch nochmal hinfahren eine aufgabe mal gucken was das hotel brauche in nöten vielleicht können wir ja noch eine kleine aufgabe machen so ich muss auf der straße bleiben hier ist hotel in nöten was möchte das hotel ich weiß dass diese stadt nicht gerade im touristenmagnet ist aber wir versuchen unser bestes das örtliche hotel in schlechten welchen zustand könntest du eine lieferung mit baumaterialien zu stellen wollen wir das mal annehmen ja nehmen wir einfach mal an so ok hotel in nöten wurde aktiviert da gehen wir mal auf die karte unsere aufträge hotel in nöten da brauche ich ein da brauche ich ein schiebeplan auflieger der ist da oben da wäre auch noch ein tor da ist ein upgrade ok ist aber auch noch ein anhänger aber schiebeplan ist ein zu war so da würde ich sagen wir fahren erstmal zurück ins lager wir haben das angenommen äh richtung da sag schon da ist wieder so ein expresso und zusatz wo man hier irgendwelche sagen kann ich auch nichts machen gerade so eine lieferungzone also wir fahren jetzt Richtung farm und fahren über die farm drüber und fahren dann Richtung Richtung hänger den tankerflieger holen ich fahre jetzt trotzdem tanken so liebe freunde das war es leider schon wieder für heute ich wünsche euch noch einen schönen nachmittag bis zum nächsten mal ich bedanke mich fürs zuschauen wenn euch das video gefallen hat dann lasst einen daumen nach oben da und einen kommentar über ein abo würde ich mich sehr freuen bis dahin sagt euer michi bye bye